Die ersten Teilnehmer heute Abend sind ein Duo. Obwohl sie hier schon zum zweiten Mal singen, freue ich mich darauf, denn den Song, den sie singen, haben sie selbst komponiert. Also jetzt ein Applaus, der sich gewaschen hat für Luna und Matteo! Busco una salida y no entiendo lo que pasa y aunque sé que soy valiente tiembla mi voz Alguien que me diga quién es quién aquí en mi alma y tal vez hoy me descubra en esta canción Busco ese momento donde llenas mi confianza y provocas en mi mente revolución Alguien que descifre este miedo y esta calma porque es nueva para mí esta sensación Solo tú estás a mi alrededor y por eso es que canto ¿Qué más da? Lo que siento es diferente Si tú estás No me importa lo que tienes para dar En tus ojos puedo estar Si me miras no necesitas hablar Tal vez seré No me importa Die applaudieren sicher aus Mitleid Ich weiß nicht, was sie sich darauf einbilden Das war echt schlecht Lonita ist absolut nicht auf der Höhe von Matteo Nein, die sollte sich lieber höhere Flatto-Schuhe kaufen Jetzt hör auf zu filmen, sonst verpasst du noch Felicity Unglaublich, ich gratuliere euch beiden Das war toll, Alter Ich hab Nina noch gar nicht gesehen Ähm, die kommt sicher auch gleich noch Sie ist wahrscheinlich jeden Momentchen Hey, wollen wir uns hier hinsetzen? Danke, Matteo Aber nein, wir sehen uns später, okay? Okay Super, Alter Okay